Fragt man die Künstlerin Berta Maria Reetz nach ihrem Vorbild, so nennt sie spontan Käthe Kollwitz. Die große Grafikerin, Malerin und Bildhauerin, die 1945 starb, nahm in ihren Werken stets Stellung gegen Krieg, Hunger, Ungleichbehandlung und für gesellschaftliche Probleme ihrer Zeit. Zeitgenössische Kunst und soziales Engagement bestimmen auch das Leben der kunstschaffenden Berta Maria Reetz. Gesellschaftliche Probleme stehen mir ganz, ganz nah, wo ich immer etwas verändern möchte und da sehe ich auch nicht zu, da greife ich ein. Und ich finde, als Künstlerin oder auch als Künstler sollte man sich nicht nur an der Leinwand bewegen, sondern man sollte den Zeitgeist auch einfangen, was ganz, ganz wichtig ist. Und für mich ist von den ersten Anfängen an, genau wie bei der Käthe Kollwitz, die für mich eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, immer in meinem Leben, dieses Thema Kunst und Soziales spielt eine ganz große Rolle. Um für ein friedliches Miteinander und Toleranz jenseits aller ethnologischer, religiöser und kultureller Unterschiede zu werben, suchte Reetz ein sympathisches Symbol. Zusammen mit dem Künstlerkollegen Rainer Bonk entstand die Idee der blauen Friedensherde, deren leuchtende Farbe an Arbeiten von Yves Klein erinnert. Das Blau als Friedensfarbe findet seine Entsprechung im Blau der EU, der UN, der UNESCO oder UNICEF. Sie ist die Farbe der europäischen Friedensbewegung. Als kurzzeitiges Kunstevent macht seit 2009 eine Herde von 50 bis 100 dieser Blauschafe im Rahmen einer europäischen Ausstellungstour Stationen in den Städten, die sich an der Aktion beteiligen. Den Beginn machte Venedig. Es folgten 160 Großmetropolen wie Berlin, Köln, Hamburg, Kerkrade, Wien, Innsbruck oder Luxemburg, in denen die blauen Schafe ihr Weiderecht bekamen. Seit 2012 steht die Blaue Friedensherde unter der Schirmherrschaft des EU-Parlaments. Die Illusion einer friedlich weidenden Schafherde wird zum Symbol für menschliches Miteinander, appelliert an soziale Verantwortung und wirbt für eine tolerante Geisteshaltung. Alle sind gleich, jeder ist wichtig. Jede Stadt, die dem Blauschafen Weiderecht gewährt, wird zum Bestandteil des Kunstprojekts und dokumentiert so soziale Verantwortung. Als Dankeschön verbleibt ein Blauschaf im Rathaus der jeweiligen Stadt. Nicht nur Städte und Gemeinden, auch kulturelle Institutionen, Unternehmen und Privatleute können sich am Kunstprojekt der Blauen Friedensherde beteiligen und einzelne Schafe erwerben. Ein Teil der Einnahmen aus dem Verkauf der Blauen Schafe geht in die Förderung sozialer Projekte. Ein anderes, kreativ-soziales Projekt sind die bunten Hühnerdamen. Die personifizierte Hühnerfigur ist in Köln bekannt als Chantal, in Düsseldorf als Lisbeth, in Steinfurt als Jacqueline oder in den Niederlanden als Tsianderhan. Weiße Hühnerrohlinge werden in Kitas, Schulen, Vereinen, sozialen Einrichtungen, aber auch in Kommunen durch Privatleute, Prominente oder Künstler individuell bemalt. Die sympathische Hühnerfigur wird zum Symbol für soziales Engagement im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, etwa wenn die Figur nach einer Bemalaktion versteigert wird und der Versteigerungserlös sozialen oder schulischen Zwecken zukommt. Bertha Maria Reetz versucht mit ihrem Engagement, seien es die Bemalaktionen für die Hühner oder das Kinderschminken mit blauer Farbe, schon den Kleinsten ein Gefühl für Gemeinsamkeit und gegenseitige Achtung zu vermitteln. Reetz' Blauschäferei und ihr Atelier liegen auf dem Gelände des Klosters Knechtstädten zwischen Köln und Düsseldorf. Von hier aus gehen die blauen Schafe und die weißen Hühnerrohlinge in alle Welt. In der Weihnachtszeit finden sich in der Krippe der Klosterkirche Knechtstädten natürlich auch blaue Schafe und ein zeitgenössisches Werk der Künstlerin. Also zurzeit befinde ich mich hier auf dem Kölner Weihnachtsmarkt auf dem Roncalli-Platz und es geht im Grunde genommen um die Sozialwerkstätten der Stadt Köln. Die Kölner Werkstätten, das ist eine gemeinnützige GmbH und das ist eine Werkstatt für Menschen mit geistiger Behinderung. Und wir haben an einem Standort, also wir haben zwei Standorte, das sind immer Bickendorf und Poll. Und an diesen Standorten sind circa 380, 450 Menschen mit geistiger Behinderung beschäftigt. Wir haben verschiedene Gewerke, wie hier zum Beispiel die Schreinerei in der Kooperation mit Voretz, wo die Schafe lackiert werden und vorbereitet werden. Wir machen eine Qualitätskontrolle, wir sind auch zertifiziert. Und in dieser Schreinerei arbeiten 20 Menschen mit geistiger Behinderung und wo gezielt die Förderung im Vordergrund steht, um diese Menschen in Richtung ersten Arbeitsmarkt zu begleiten und dort halt hin zu fördern. Wenn Ihnen also in Zukunft mitten in der Stadt oder auf einer Wiese ganz unvermittelt ein blaues Schaf oder eine ganze Herde begegnet, dann wissen Sie jetzt, es geht um Kunst und Toleranz. Nähere Informationen zum Projekt der Blauen Friedensherde und der Blauschäferei Rez finden Sie auf www.blauschäferei-rez.de